Acht für Folie und für Katrin Eckermann, der for pleasure und coming for NRW-Nachkomme stammt aus der Zuchtstätte ihres Vaters Ottmar. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh wow, Folie und Katrin Eckermann, der top result aus der zweiten Phase und der Leid so far in der Young Hostess Final. Clear, of course, 23.93 Sekunden. Champos, son of Shakato and Armitage, bred and owned by breeding team Thule and Osamman, and Henrico Osamman, Germany.